In diesem Video stelle ich dir eine Möglichkeit vor, das wichtigste Wissen aus einem Buch in wenigen Minuten aufzunehmen. Viel Spaß! Was geht ab Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ein Buch zu lesen kostet viel Zeit und wenn du nicht die Fähigkeit des Speed Readings besitzt, dann dauert es noch viel länger ein Buch zu lesen. Und Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Stell dir vor, du müsstest nur 15 Minuten investieren, um die wichtigsten Kernaussagen aus einem Buch aufzunehmen. Du stehst an der Bushaltestelle, wartest auf den Bus, du hast noch 15 Minuten Zeit und statt dumm rumzustehen, nimmst du einfach dein Handy zur Hand und hast direkt eine Zusammenfassung des Buches parat. Zum Beispiel von Eat That Frog. Oder du hast ein wichtiges Problem, das du lösen musst, wozu du bestimmtes Wissen benötigst. Aber du hast nicht mal Zeit zu lesen, nicht mal eine Zusammenfassung. Also nimmst du einmal deine Kopfhörer, ziehst sie an und startest eine Audio-Zusammenfassung. Das klingt aber schon fast zu schön und wahr zu sein, aber es ist möglich und ich nutze diese App, mit der das möglich ist, jetzt mittlerweile schon seit vier Jahren und sie hat mein Leben komplett verändert. Und deshalb werde ich euch diese App heute vorstellen. Der Name der App lautet Blinkist und Blinkist bringt große Ideen auf den Punkt. Du kannst dich beruflich weiterentwickeln, neue Perspektiven erwerben, clevere Kurztexte, Audio-Version, das habe ich ja schon gesagt und insgesamt mehr als 2000 Sachbuchtitel aus 19 Kategorien wie Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Motivation und Inspiration. Es ist absolut sick und ich glaube, ich habe damals geweint, als ich diese App gefunden habe. Also lass uns direkt mal reinspringen. Das sind alle Bereiche, aus denen du Buchzusammenfassungen auswählen kannst, also zum Beispiel persönliche Entwicklung, Achtsamkeit und Glück, Gesundheit und Fitness, Unternehmertum. Es ist also echt unglaublich, wie viel Knowledge in dieser App schlummert und man hat wirklich die besten Bücher dabei. Die sieben Wege zur Effektivität zum Beispiel, da habe ich schon mal drüber gesprochen, die Multitasking-Falle, Extreme Productivity. Und du kannst dann dieses Buch anklicken, auswählen und dann siehst du direkt schon ein kleines Summary, das dir einen Einblick gibt, was sich in diesem Buch erwartet. Am Ende dann nochmal so die Keypoints, was du mitnehmen wirst aus diesem Buch und hier unten dann die Audio-Zusammenfassung, die man dann direkt starten kann. Auf dem Handy kann man die sogar schneller anhören, also zum Beispiel auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Hier unten geht es dann weiter, auf der Desktop-Version, ich komme gleich noch zur App. Dann kann man sich durchklicken, alles lesen, also sie sind immer recht klein, die Blinks, so heißen die Dinger, Blinks. Und hier am Rand sieht man dann nochmal die Blinks, die enthalten sind. Hier natürlich auch nochmal super mit, alleine schon diese Überschrift gibt einem ja schon das Wissen, das man mitnehmen kann. Und das ist der absolute Hammer. Dann gibt es nochmal eine Zusammenfassung am Ende, wo nochmal alles drin steht und dann kann man das Ganze abschließen und hat dann diese Zusammenfassung gelesen. Und wie ihr seht, wie gesagt, die besten Bücher, die 4-Stunden-Woche alleine ist schon so ein Hammerbuch. Das hat mich damals inspiriert, auch mein Business zu gründen und es ist wirklich der absolute Hammer. Jetzt springen wir mal zur App und ich zeige euch die App. So, jetzt befinden wir uns hier in der App und die hat ein sehr cooles Design, wie ich finde. Ich habe dann auch wieder hier die Möglichkeit auf Entdecken zu klicken und dann aus verschiedensten Bereichen, wie zum Beispiel persönliche Entwicklung, auszuwählen. Ja und das Hammermäßige ist jetzt immer mal ein Buch, das ich euch sowieso empfehlen wollte noch und zwar, die macht der Disziplin. Und ihr könnt dieses Buch dann anklicken und dann auswählen, lesen oder anhören. Hier gibt es nochmal das Summary mit den Keypoints, die ihr mitnehmen könnt und jetzt klicken wir mal auf Lesen und ihr seht dann, wie gesagt, direkt. Ihr könnt einfach dieses ganze Buch innerhalb kürzester Zeit die wichtigsten Inhalte aufnehmen. Hier oben könnt ihr die Audiodatei starten. Ich höre die immer auf 1,5-facher Geschwindigkeit und dann startet die und ihr könnt das Buch dann dementsprechend wirklich überall anhören. Es ist auch möglich, Dinge zu markieren und auf diese Art und Weise das Ganze dann zu speichern. Und dann könnt ihr die einzelnen Markierungen nachher sogar noch in Evernote importieren. Das finde ich auch sowas von hilfreich. Und so habt ihr dann nachher das ganze Wissen, das ihr braucht, um es anzuwenden, direkt zur Hand. Das ist wirklich super. Kommen wir jetzt zum Pricing. Du hast die Möglichkeit, dich kostenlos anzumelden über den Link, den ich dir am Ende von diesem Video bereitstelle. Damit hast du die Möglichkeit, täglich einen ausgewählten Titel pro Tag zu lesen oder anzuhören und natürlich die anderen Themen zu erkunden. Bei Blink ist Plus, das kostet 49,99 Euro jährlich, ja jährlich, nicht monatlich, sondern jährlich, hast du über 2000 Titel und jeden Monat 50 neue, kannst auf alles zugreifen, was lesbar ist. Du kannst die Markierungen speichern und nachher in deinen Markierungen sehen. Deine Bibliothek ist offline verfügbar und du kannst dir einen ausgewählten Audio-Blink am Tag anhören, also die Audiodatei. Bei Blink ist Premium, Blink ist Premium, kostet 79,99 Euro jährlich, ja. Ganz kurzer Hinweis, jährlich, das bedeutet 6,70 Euro pro Monat. Das ist nichts meiner Meinung nach für das, was man bekommt. Deswegen habe ich auch Blink ist Premium. Hast du alle Audio-Versionen, du hast die Möglichkeit, Markierungen mit Evernote zu verknüpfen, kannst die Titel an dein Kindle senden. Das finde ich auch sehr wichtig und gut. Und natürlich alle Blink ist Funktion. Das Beste ist, du hast eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie ohne Angabe von Gründen. Du kannst einfach direkt eine Mail an das Team schreiben und schon kriegst du dein Geld zurück. Ja, das finde ich einfach wichtig. Seriöse Unternehmen, so wie ich, auch mit dem 1-Abi-Masterplan machen das einfach. Weil die wissen, dass die ein top Produkt haben und dann sowieso keine Umtäusche reinkommen. Und das ist natürlich top. So sieht es aus. Wie gesagt, Blink ist kostenlos, ist kostenlos und über den Link verfügbar. Dazu komme ich jetzt gleich nochmal. Abschließend ist noch wichtig zu sagen, dass Blink ist nicht das Lesen eines vollständigen Buches ersetzt. Ich selbst lese immer noch Kindle-E-Books, ich lese immer noch Hardcover-Books, weil sie einfach tiefer in die Thematik gehen. Und was auch noch wichtig zu sagen ist, ist, dass nur angewandtes Wissen macht es. Du kannst so viel Wissen konsumieren, wie du willst. Wenn du es nicht anwendest, bringt es dich nicht weiter. Dennoch, Blink ist einfach eine hervorragende Möglichkeit, um neues Wissen in kürzester Zeit aufzunehmen. Überleg dir mal, was das bedeutet. Du setzt dich jeden Tag hin, für 15 Minuten, liest eine Zusammenfassung von einem der besten Bücher der Welt. Oder eine Audio-Zusammenfassung, hörst du dir an. Und das täglich, 365 Tage lang. Das wird dich vom Grund auf verändern, weil ich weiß es, weil mich hat es nämlich auch verändert. Es gibt einfach neue Impulse und das ist der absolute Hammer. Also, du kannst dich jetzt kostenlos anmelden. Klicke dazu einfach auf den Link hier und schon gelangst du zur Anmeldung. Du musst nur deine E-Mail-Adresse eingeben und dann kannst du direkt durchstarten. Ich bitte dich auch, erst auf diesen Link zu klicken, weil nur so werden diese Videos hier überhaupt ermöglicht. Ich freue mich darüber und ich wünsche dir viel Spaß damit. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Erfolgscoach Joe.